Ja hallo und herzlich willkommen zurück bei Doom 2016. Wir sind dabei hier Kühlspulen zu zerstören. Und hier haben wir schon die erste. Wir versuchen einfach mal wieder, wie eben in dem anderen Part auch schon, so viel wie es denn geht gleichzeitig wegzuholen. Und dich holen wir Dreck weg. Okay, jetzt wird es vielleicht ein bisschen viel. Also versuchen wir uns mal irgendwo hier zu sammeln. Das ist unnötig. Nackern. Wer nicht hören will, muss fühlen. Na, soll es das erste Mal gewesen sein? Nein, natürlich nicht. So, wo haben wir denn noch die letzte? Dort. Du kleiner Dreckstyp, ey. Wir hauen einfach mal mit der BFG ein bisschen hier rein, in der Hoffnung, dass wir... Danke. Sie können sich jetzt zu meinem Kern begeben, um den Vorgang abzuschließen. zu schließen. Boah. Also, tut mir leid, wenn ich da gerade ein bisschen laut geschrien habe. Ich werde es nicht runterregulieren haben, weil ich da nicht dran gedacht habe, wenn ich das hier wegrändere. Und ich die Let's Plays eigentlich versuche, nicht nachzubearbeiten. Bei dem Letzten habe ich mich auf jeden Fall sehr erschrocken. Meine Güte. So, hier. Die Zellen nehmen wir auf jeden Fall mal... Wo muss ich denn jetzt hin, ey? Die soll irgendeinen Prozess einleiten, oder? Da oben. Frachttransfer. Oh. Meine Güte. Der Zug unten wird dich zum Eingang bringen. Und der Zug da? Komme ich da irgendwie in den Zug? Um Zugang zu meinem Kern zu erhalten, musst du im Raum vor dir die Demonstration... ...hämonische Bedrohung beseitigen. Hm. So, was ist denn noch übrig? Außer den Neu-Spawnenden. Und vor allem, was ist neu gespawned? Ups. Okay. Damit hat sich die Frage beantwortet. Das reicht nicht. Das reicht aber. Okay. Du scheiß Demon, ey. Boah, die Pinkies hierbei, ey. Was? Der hat das überlebt. Meine Fresse. Boah. Okay, also das ist gerade heftig. Ich meine, klar, wir gehen... ...ponüs auf das Ende zu. Das mag ich nicht bestreiten. So, das ist jetzt selbst schuld. Nein! Ich habe mich, glaube ich, selbst mit weggefrackt. Na gut. Nochmal. Also, der Raum ist heftig. Der ist auf jeden Fall sehr extrem. Wir mussten im Raum vor dir die dämonische Bedrohung beseitigen. Ja. Okay. Nein! So, haben wir die beiden schon mal weg. Ja, natürlich. Kommt doch alle gleichzeitig. Ihr blöden Pisser. Sorry. Darf ich eigentlich auf YouTube, glaube ich, demnächst gar nicht mehr. Wobei, nee, ich darf da nicht mal monetarisieren. So waren die neuen Richtlinien. Das werden wir noch sehr häufig hören. So, dann ist der schon mal weg. Das ist einfach zu krass, ey. Meine Güte. Okay. Da unten wollte ich hin. Na, ihr... Euch brauche ich gerade nicht. Zwei BFG-Zellen ist schon mal besser als keine. Oder eine. Warum stirbst du nicht? Warum stirbst du nicht? Okay, ich glaube, ich weiß auch, warum sie nicht sterben. Wahrscheinlich einfach... Weil da einfach noch nicht genug ist. Nein, weil da zu viel ist, was wir derzeit töten wollen. Boah! Was? Meine Güte, was ist denn hier alles? Das gibt's doch nicht. Was ist denn in dem Raum los? Muss ich da auch schon wieder die Schwierigkeit runterstellen? Was ultra interessant ist, ist einfach, dass ich beim Singleplayer Let's Play... Beim Singleplayer Playthrough, den ich alleine gemacht habe, habe ich hier an diesen Stellen keine Probleme gehabt. Das habe ich jetzt hier. Warum? Wie kommt das? Ja, genau. Und jetzt habe ich dich nicht mitgekillt. Du Dreckst-Typ! In dem Singleplayer-Playthrough ohne Scheiß. Ich habe hier keine Probleme in dem Raum gehabt. Woher kommt das? Haben die das mit dem Patch verändert? Ich glaube nicht, oder? Also von den Patch-Notes, die ich im Kopf habe, haben die eigentlich nicht die Schwierigkeit als von irgendwelchen Leveln verändert. Habe ich zumindest so im Kopf. So. Schluss jetzt. Warum sterbt ihr nicht? Seid ihr immun, oder was? Gebt mir... Genau. Energie. Wichtiger Punkt. Energie. Braucht man immer. Immer gute Sache. Es ist hier einfach zu viel los, ne? Hoch. Na komm. Na komm her. Nein, ich habe nicht genug Modif für den. Na gut. Nein. Oh, Mann. Ich glaube, das ist die erste Doom-Rage-Episode, weil ich jetzt hier an der Stelle einfach siebenmal brauche. Also, wenn ich es jetzt in dem Grad hier nicht schaffe, dann stelle ich, glaube ich, Schwierigkeiten einfach flott runter. Ist zwar vielleicht ganz lustig für den einen oder anderen, wenn wir jetzt hier ultralange brauchen, aber lass mal so viel gesagt sein, ich finde es nicht ganz so lustig. So, der ist tot, ja? Ja, gut, da haben wir jetzt Schaden genommen, aber halb so schlimm. Finde ich zumindest. So, jetzt sammeln sich hier natürlich die Drecks-Typen. So, der ist auch weg. Na klar, jetzt haben wir nicht genug Moni dafür. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Okay. Ich hab ja keinem mehr. Okay. Nein! Ich wollte mir da hinten die BFG-Zelle holen. Wir versuchen es noch einmal. Das ist wirklich dann der letzte Versuch. Ansonsten stelle ich die Schwierigkeit gerade dort hier runter. Wir haben noch Punkte offen hier. Vielleicht hilft unten. Das hilft uns wahrscheinlich auch nix. Ausrüstungssystem 4. Toll. 4. Schön. So, wir sammeln jetzt Drecks hier ein bisschen schon mal. Gehen wir so lange da unten noch nix los. Das gehen wir hier mal sammeln. Das ist ein Straten. Jetzt ist deswegen auch hier was los. Weil wir jetzt hier unten sammelt haben. Benzin nehmen wir uns mit. Warum hat mich denn noch keiner angekratzt? Na, wo sollt ihr denn? Ach, da unten ist. Ja, okay. Warum ist jetzt auf einmal hier so wenig los? Okay, ich hab nix gesagt. Das war knapp. Ich hab mir mal Lebensenergie. Ja, genau. Ich bleib auch ausgerechnet dort bleib ich hängen. Na, komm. Du bräckst erst mal. Na, da hätten wir es fast. Wir versuchen es nochmal. Ich lass mich jetzt nicht damit abspeisen, dass ich auf die Schüri ganz gerade wechsle auf den anderen. Das hat eigentlich gerade von der Taktik her besser funktioniert, indem wir abgesprungen sind, um uns direkt die BFG-Zellen zu holen. Und glaubt mir, ich hab das damals ohne BFG-Zellen hier gemacht. Weil ich die BFG so eigentlich nicht benutzt habe. Also, es geht natürlich hier direkt die Luzzi. Ach, wir haben das Maximum. Okay, komm. Dann machen wir jetzt hier einmal... Zack, da hinten auf den Fetty. Das ist dann eine, die uns auch eben gefehlt hat. So, dann holen wir uns hier das. Dann holen wir uns das hier. Ach so, ihr seid schon da. Ja, tschüss. Der springt jetzt hier hoch, ne? Ich meine den Mankobus. Ja, genau. So. Der ist weg. Machen wir den hier mal weg. Ah, für den haben wir jetzt natürlich nicht mehr genug Money. Na komm. Energie und weg. Und wir sind wieder tot. Okay. Lassen wir das als Rage-Episode hinter uns. Ich werde für den nächsten Part einmal die Schwierigkeit umstellen. Dann werden wir da reinhüpfen. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hättet das trotzdem gefallen. Wahrscheinlich hat es euch sogar noch mehr gefallen. Aufgrund des Rage. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Doom 2016. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.